Was denkt der, was er da ist? Ist das Animal lecker oder das? Boah! Lauf, kleines Häschen, lauf! Ist der verrückt? Was macht der da? Das kriegt er auch schon, oder was? Kann auch laufen Modus Wie ist der verrückte? Ist er nicht ganz wach? Wo ist er? Judas! Ah, der Schmähchen! Hab ich gesehen, oder was? Doch nicht Jetzt verstecken wir uns beide hier hinter den... Ich kann es halt so knicken Ich mach einfach hier weiter Was macht der da für Quatsch? Er rennt So, was ist das? Ach, die Tür Ist er sich wieder hingehofft? Fuck! Ah, der Kranke! Da will ich mich töten! Er will mich essen, Mann! Wo ist er? Wo ist er? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Nicht gut! Ah! Ah! Der Held. Okay. Hier hören wir die Glocken. Wir kommen immer näher, oder? Oh, da war ja was. Danke, Mann. Deswegen haben wir es von dem Boden bekommen. Ah, was? Warten wir mal. Hey, die Kleine ist tödlich und wir wissen nicht, wo sie auftauchen sollen. Er kommt natürlich zum Autogelder. Wir haben vergessen, die Axt mitzunehmen. Ah, ja. Schlimmes ist es nicht, oder? Ah, wir kriegen den. Ah, wir lassen den, oder? Glauben wir aber weiter. Ich würde das jetzt gerne noch zu Ende machen. Wohin müssen wir denn? Ich habe keine Ahnung. Wir sind überall. Guck dir das an. Irgendwo müsste es doch brennen. Den kannst du mit dem Fallenbogen abschießen, komm. Ich habe Angst, ob er das sei. Der steht, genau, ruhig. Ein schöner Kopfschuss. Sauer. Den Himmelgogen. Oh. Ja, komm. Ach, komm, Mann. Ich habe keine Lust mehr. Du kriegst es meine Axt. Du kriegst es meine Axt. Sag, hier meine Axt. Sag. Weg. Weiter weg. Mann, ich hasse es. Was willst du? Was willst du? Nicht mit dem. Nicht mit dem. Nicht mit dem wüsste ich. Einmal rechts, einmal links. Ja, aber echt. What? Und tot. Schießen wir mit dem Fallenbogen ab, sagt er. Er steht ganz ruhig, sagt er. Ja, dann stand er auch ruhig. Er steht wirklich, sagt er. Er hat dich auch nicht gesehen. Ich mach die jetzt unfertig. Und mit der Axt? Ja. Eiskalt. Da kenne ich nichts. Habe ich da was zu tun. Wir müssen einfach wachsam bleiben. Gut, das ist so berechenbar ist der Kerl hier. Na, wird ganz ruhig. Nummer eins ist weg. Oh, da kommt noch der zweite da hin. Huch, hat er mich gesehen? Ja, habe. Ach, Schloch. Wo ist der andere hin? Da kommt rechts, der kommt rechts. Da kommt rechts. Da ist heftig. Wenn du nicht. Ja, ich hab's nicht gesehen. 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 anstieg stück zu tun das macht die in den Kursen willkommen das kann man den gewandt das ist ja was auf jeder schuss bei der sitzen würde aber du brauchst zwei schüsse zu töten und zwei sätze daneben das ist jetzt nicht immer mir fällt gerade auf was ein dicker Revolte er hat geh doch links da außen rum ein das ist eigentlich müsste er sterben und aber bitte treffen mit einer so tanz Oooooohh, Dial-Gitter-Down! War da nicht noch einen? Da war einer, war noch irgendwo. Da oben ist noch einer. Und da ist noch einer, du? Wo? Da, siehst du's? Nimm noch das Scharfschützengewehr. Ja, wir haben noch einen Anschluss von dem. Was ist das, Anna? Kann ich denn zoomen? Zoomen kannst du nicht. Ist das einer? Ich weiß es nicht, ich würde mir vorsichtig aber nicht schießen. Doch, das ist einer. Ach, da ist einer. Ich glaub, sein Kopf ist explodiert. So, jetzt guck mal, ob da noch irgendwo einer was fallen lassen hat. Oder ob da noch irgendwo einer rumrennt. Wow, war das gerade laut? War das gerade auch so laut? Was war laut? Die Glocke? Die Glocke war bei mir gerade voll laut. Die Glocke ist noch nicht... Die Kollegen hier haben wieder nichts dabei. Ich weiß nicht so was. Alles einfach spoil. Okay. Ich will jetzt gern das mit Ellie-Regeln dann aufhören. Wie sieht's wieder aus? Wird die Wache wechseln? Ne, jetzt halt leider alles. Ich weiß nicht. Das kurz brennt da hinten. Ich weiß nicht, da hinten, brennt da unten. Das auch sieht nur aus. Nicht. Jaja, je 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 je. Vielleicht hier, oder? Wir schlagen, oder? Beiwechleid. Für die fünf Besucher. Das kann ich aufgehend machen. Befehlen. Ja, ich möchte mich mal hin und wenn ich hier vorwögerst. Ich gehe hier. Du! Geh runter. Schicht, 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 schicht. Hier läuft auch einer. Und in der Mauter laufen ist zwei. Ich muss andere kennen. Ich werde mich sehen. Die sind rechsaug. Sauber, ne? Ich bin bei so einer schlechten Sicht. Vielleicht ist es deswegen weit. Ich denke, er ist dort und dann halte ich besser. Dann lassen wir ihn nicht. Okay, die schnall ich ab. Das... Der war getroffen. Ich dachte, der ging vorbei. War da was dabei? Hat keiner von denen was dabei. Kann's ja aber nicht sein, Leute. Wir brauchen Munition. Echt? Wer sagt? Wer sagt? Was ist das? Was ist das Zeug hier? Oh, jetzt pass auf. Das muss besser werden. Ach so, wie viel die hatten. Am 30.05. Hatten sie 1,9... Also... 1900 Kilogramm. Mhm. Da war die. Oh, da. Am 8.05. 2000. Und dann... Nächsten auch. Fette Beute. Danke. Nee, daneben. Danke. Oh! Oh Gott! Ich muss sie finden. Ich muss sie finden. Ich muss sie finden. Oh, come on. Wir haben es mal geschafft. Hier nichts. Was gibt's doch gar nicht. Wir können irgendwas basteln. Nur ne Bombe. Weiter geht's. Oh, da ist es. Scheiße. Ellie. Du reist noch nicht. Dann halt es. Du wiedernal fibs. 完K'd. Und Achtung, jetzt kommen wir gleich. Bein, oder? Weiter, komm. Was ist denn so? Komm, Ellie, kämpf! Ich bin's, ich bin's, ich bin's, hier, hier, ich bin's. Er wollte mich. Okay, Kleines, es ist okay, es ist okay. Ich bin's, ich bin's, hier, ich bin's, hier, ich bin's. Allie! Hast du mich gehört? Nein! Was? Da! Krankenhaus. Das ist unsere Ausfahrt. Na los, Kleine. Ah, Salt Lake City. Nach Salt Lake City müssen wir gehen. Spürst du die Brise? Ich sag dir, an solchen Tagen hab ich immer draußen gesessen und Gitarre gespielt. Ja, wenn das alles vorbei ist, bring ich dir Gitarre spielen bei. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Danke. Was meinst du, hä? Ja, ich würd schon gern Gitarre spielen, ja. Salt Lake City. Okay, ich glaub wir machen hier eine kleine Aufnahmepause. Mitten in Utah, willst du aufhören? Mitten in Utah? Ich glaub schon. Wo steht das? Keine Ahnung. Haha, mach mal was zurück. Salt Lake City ist in Utah, soweit ich weiß. Ja, wir machen den kurzen Stopp. Okay. Es ist grad so ruhig und so ein schöner Tag. Und Joel scheint es wieder gut zu gehen. Ja, wir sind wieder zusammen. Und wenn's grad so fröhlich ist, sollen wir aufhören. Genau. Es kann nur noch schlechter werden von jetzt ab. Ja, Mann. Und da wir heute schon genug Schlimmes erlebt haben, machen wir hier jetzt eine Pause. Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.